Yo, Freunde, was geht? Hier sind die nächsten Gewinner, der heute die 1000 V-Bucks gewonnen hat, also Glückwunsch an dich. Und by the way, es reicht, wenn ihr da unten einmal auf den Link draufklickt, wenn ihr hier die V-Bucks gewinnen wollt. Da kommt ihr dann zum PC-Shop von Hightech, die sponsern nämlich die ganzen Gewinnspiele hier, also die Gewinne quasi von den Giveaways. Falls ihr Hightech noch nicht kennt, das ist ein richtig krasser PC-Shop, die haben ultrageile PCs da, geht schon relativ günstig los und dann gibt es halt mega kranke PCs. Link ist wie gesagt unten, checkt das gerne mal aus, falls ihr gerade einen PC sucht und dann, ja, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt wieder gemeinsam den heutigen Fortnite-Shop an. Es soll nämlich was sehr, sehr seltenes geben, es sind nur noch zwei Tage hier verbleiben, zwei, okay, drei Tage, quasi die 17 Stunden. Also, ja, let's go, schauen wir mal, was es da heute so gibt. Wir gehen direkt an den Anfang und ich sehe direkt, es gibt die NFL-Skins, sind das, oder? Die NFL-Skins sind wieder da, sind aber nicht die ersten, es sind die zweiten NFL-Skins. Es gab ja schon mal die erste Serie und das sind, glaube ich, die zweiten, ja, das sind auf jeden Fall die zweiten. Zehn Stück gibt es davon, also fünf männliche und fünf weibliche, die alle, ja, logischerweise relativ ähnlich ausschauen. Genau, dann haben wir noch die passenden NFL-Sachen dazu, also die Logos hier auf dem Rücken, dann die, ah, genau, der Handtuchwerfen-Emote, dazu der Touchdown-Tanz für 500 V-Bucks, dann noch der Extra-Punkt für 200 V-Bucks, ein ziemlich unnötiger Emote und nichts da, den finde ich schon besser, den kann man besser in-game usen. Dann haben wir hier die goldene Football-Hacke, die finde ich eigentlich alle ziemlich vague, die Football-Hacken, keine Ahnung, warum ich mir die geholt habe, war eher eine Fehlentscheidung. Dann der Touchdown-Gleiter für 500 V-Bucks, finde ich auch nicht so geil, schaut nicht so gut aus, Timeout, ist noch in Ordnung für 200 V-Bucks. So, dann haben wir die ganzen Schiedsrichter-Skins, kann es sein, dass irgendwie heute NFL-Neue-Season oder so angefangen hat, weil so viele NFL-Sachen drin sind, wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall haben wir hier die ganzen Schiedsrichter-Skins, männlich und weiblich, alle haben dasselbe Outfit, nur, ja, der Charakter ist quasi unterschiedlich, alle kosten 800 V-Bucks. Dann geht's weiter mit dem Soxy-Mode, leider copyrighted, heißt, wir hören nichts. Oh, sad. Dann haben wir den Raupen-Rekrut und der, oh mein Gott, der hat ja mal, oh, what the fuck, der schaut komplett anders aus, der hat einen neuen Skin bekommen, früher sah der so aus und war meiner Meinung nach einer der hässlichsten Skins in Fortnite und jetzt hat er einen neuen Stil bekommen und der schaut schon deutlich besser aus, aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen merkwürdig. Aber jetzt lohnt es sich, den Skin, denke ich mal, ein bisschen mehr zu holen. Was ist eigentlich aus dem Backpack geworden? Der, der hat keinen Stil bekommen? Okay, das ist ja ein bisschen, das ist ja ein bisschen Trash. Warum hat der Backpack denn keinen neuen Stil bekommen? Äh, ja, ich glaube, der Skin war sogar mal ziemlich, ziemlich selten, ne, bis der dann irgendwann mal wiedergekommen ist. Aber es gibt heute noch was anderes Seltenes und zwar ist es, glaube ich, diese Schmetterline. Die war nämlich, ich schau mal ganz kurz nach, die war jetzt seit 712 Tagen war die nicht im Shop drin, lol, als ob die so selten war. 712 Tage, der Gleiter logischerweise, äh, Gleiter, der Backpack logischerweise auch. Die Schmetterlingsflüge, die sind übrigens ziemlich nice. Für 1, 2 habe ich mir damals sogar gekauft. 712 Tage, also ultra-ultra-selten war die jetzt schon nicht mehr im Shop drin. Dazu noch die passende Hacke für 500 Vibergs, hm, finde ich jetzt nicht so geil. Das klassische Fischstäbchen für 1, 2, wie immer auch der Gleiter für 800 Vibergs und die, oh, ganz coole Stiefelhacke. So, dann haben wir noch die drei Lackierungen, Glitschig, Fischgesicht und Geschubbt. Oh, Jumi. Ich versuche immer, die Katze rauszulassen, aber wenn ich die Tür aufmache, dann will die Katze nicht rausgehen. Und dann stellt sie sich so in die Tür rein und dann läuft sie wieder ins Zimmer rein. Jumi, ich versuche aufzunehmen. Oh Mann, ich hoffe, es stört nicht, dass ich die Katze im Hintergrund ein bisschen miaute. Ähm, genau. Sonst haben wir auch noch das Schattenpaket von gestern drin. Also, das ist ja schon ein bisschen älter. Ich habe es mir damals kostenlos geholt. Der Moxie-Skin für 1, 2, die schlagfertige Axt für 800 Vibergs, die Abkühlungslackierung für 300, auch in Ordnung. Äh, ja, genau. Das ist der Slot. Alter, wie viele Sachen sind heute bitte drin? Dann haben wir noch Verge, einer meiner Main-Skin, also mein Main-Skin von damals für 800 Vibergs. Sajin, Sagan für 800 Vibergs, finde ich hässlich. Macht den Gritty für 500 Vibergs. Leider copyrighted, hören wir nichts. Der Eisbrecher, eine coole Hacke für 500 Vibergs. Dann WandaSimi, auch copyrighted, heißt, da hören wir auch nichts. Und dann noch das davon Vajin für 200 Vibergs. Ein cooler Vorbewegungs-E-Mode, mag ich. Genau. Jo, ansonsten sind die Pakete, glaube ich, alle noch drin. Werden wahrscheinlich jetzt auch noch bis zum Ende der Season im Shop bleiben. Also ein heftig krasser und voller Shop heute. Äh, eine sehr, sehr seltene Sache. Also auf jeden Fall ein Top von mir. Wie gesagt, falls ihr ein paar Vibergs gewinnen wollt, unten der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, dass ihr euch gefallen. Ihr habt einen wundervollen Tag. Ich muss jetzt erstmal kurz zu Jumi gehen. Jumi, was ist los? Die schaut mich so, so traue ich an. Ich kümmere mich mal ganz kurz um die Katze. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir hören uns morgen wieder zum nächsten Shop-Video oder nachher auf Twitch. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss.